Moin Moin und Herzlich Willkommen hier wieder im Spiel Fishing Planet. Unser Zielfisch soll dieses Mal sein der Bachsaibling. Ja hier ist immer noch so ein kleiner Fehler drin, hier steht Bachforelle. Aber das ist natürlich der Bachsaibling. Und zwar werden wir anfangen mit dem Spinner, den soll eigentlich jeder haben, vom Forellenangeln. Das geht eigentlich. Und mit dem Wobbler, da beißen die auch ganz gut drauf. So, wo werfen wir hin? Oder ich zeige euch erstmal meine Angel. Und zwar habe ich einfach die Flur Carbon 2.0 drauf gemacht, den einfachen Spinner 1.0. 3.0, gibt es glaube ich am höheren Level. Damit werden wir wohl mal versuchen was größeres zu angeln. So, einfach ja hier vom Baumstamm bis zu dieser Kante werfe ich hauptsächlich hin. Ihr könnt auch weiter versuchen hier bis zum Stein. Aber hauptsächlich Bereich ist dieser hier. Und dann werden wir mal versuchen was raus zu angeln. Jetzt mit Ton und Farbe und live. So, einfach reinwürfen, ein bisschen absinken lassen. Gucken, vielleicht beißt auch schon was. Und jetzt einfach immer so hoch und runter machen. Reinkumpeln und da haben wir auch schon die ersten Hänger. Bisschen Schilf am Brüder, egal. Aber kommt alles in die Pfanne. Essen wir ein bisschen vegetarisch. So, wir kommen um sieben, acht Uhr. Wir sind schon in der abklingenden Beißzeit. Aber es sollte doch noch was machen sein. So. Den Munich, den einzigartigen, hatte ich auch schon mal gefangen. Oh, was hat das? Äh, das war glaube ich ab 16 Uhr bei Sonne. Auch diese Stelle. Mit dem Wobbler habe ich es gemacht. Aber mit den anderen sollte das wohl auch kein Problem sein. So, was ist denn jetzt? Jetzt beißt doch mal was an. Ist mal wieder klar. Oh, na? Ah, jetzt hat er wieder was sein gelassen. Und wieder. Na, jetzt komm. Kann doch nicht sein. Ich habe keine Lust, viel vorzuspulen. Aber wir kriegen schon was raus. Und da haben wir was dran. Hoppala. Ah, normalerweise angele ich mit Tastatur. Aber, so. Den habe ich dann ein bisschen verwechselt. Und da haben wir den ersten Bachsaipeligen mit einer Schnapszahl geangelt. So, mit der rechten Maustaste können wir ihn so ein bisschen angucken. Oh, drehen wir ihn mal ein bisschen nicht schlecht. Oh. Före getailliert. So, wir behalten ihn natürlich. Zack, bumm. Und nächster Versuch. Ui, da geht natürlich gleich wieder alles in die Hose. Vollprofi am Start. Kann ja auch mal passieren. Zack. Raus damit. Und wir versuchen das nochmal. Aber eigentlich mit der 2 Nuller Fluorcarbon solltet ihr keine Probleme haben. So. Und da haben wir ihn schon die nächsten. Ein bisschen mehr. Aber. Erz, farz kriegt ihr die da mit reingeholt. Na, ist das ein etwas größerer oder was ist das hier? Ja, komm mal her. So, was haben wir denn da schönes erwischt? Okay. Und, ach, so ganz. Hey, das ist hier so ein kleiner Bug, den ich meinte. Bachforelle. Naja, wisst ihr ja, ist der Bachsaipeling. Behalten wir. So. Also, ob ihr den Einer nehmt oder den Dreier. Dreier Nuller nehmt, ist eigentlich scheißegal. So. Ich zeig euch nochmal den Dreier. Na. Na. Was ist denn hier los? Maus kaputt. Zack. Der hakelt. Der hakelt. Und wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Nur mit dem größeren Köder. Nehmen wir nochmal einen Tick zurück. Nehmen wir nochmal einen Tick zurück. Und dann beißt wohl hoffentlich gleich mal aus. Auf diese Punkte da was zu bedeuten haben. 1, 2, 3, keine Ahnung, dass das bringt. So, nennen wir wieder nur einen. Na ja, egal. Das wollen wir nochmal einen haben, damit wir nochmal den Köder wechseln. Und dann mal ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir schon wieder fast hier vorne angekommen. Und egal, wir ziehen ihn mal rein. Shift-Taste drücken. Tu mal hier direkt am Baumstamm. Nein. Zack, boom, bang. Und auf geht's. 10, 50 Meter. Das ist natürlich schwerer, da kommen wir weiter mit raus. Der versinkt ja auch ein bisschen schneller. So. Na, komm, einer, einer, einer geht noch. Auf jeden Fall wisst ihr, was funktioniert, wo die Stelle ist. Mal gleich nochmal drücken, wenn man jetzt nichts beißt. Und jetzt den Mobbler drauf. Damit können wir auf jeden Fall einen Erfolg haben. Der geht auch easy. Einfach reinholen und gut. So. Dann wird schon wieder den nächsten Anhänger geangelt. Aber das wird wohl hier wieder nichts. Mann, 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 Mann. Kraut ohne Ende. Ne, 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 ne. So, ich spule gleich nochmal einmal vor zur nächsten Zeit. So, aber wir nehmen jetzt nochmal den anderen Köder. Zack, haben wir uns geklickt. Und zwar den dreieinhalber. Zweinuller, den roten. Da fahren die auch voll ab. Das ist jetzt circa 60 Meter weit fliegen. Jetzt raus, gehen auf eins. Und einfach langsam rein kurbeln. Ohne er muss weiter einfach nur kurbeln. Noch hin und wieder mal loslassen, den er wieder auftreibt. Und wieder weiter kurbeln. Und hoffentlich beißt da gleich nochmal was. Kann sein, dass hier alle Fische weg sind. Ja, ich hab mir eigentlich einen sonnigen Tag aussuchen sollen. Spannend bisschen länger gewesen. Aber, naja. Wieder nichts. So, Schnauze voll. Ich spule jetzt mal vor. So, wann war jetzt die Zeit? 15 Uhr, also 15, 16 Uhr. Sprung hervor auf 16 Uhr. Und denn, wer nicht. So. 1, 2 wollen wir noch raus angeln. So, wieder die bekannte Stelle. Und einfach kurbeln. Ja, die meisten Wobbler hatte ich hier vom DLC-Paket gekriegt. Das ich mir gekauft hatte. Das Weihnachts-DLC-Paket. Da waren diese kleine Routen drin. Und jede Menge Wobbler. Ein paar habe ich natürlich schon abgerissen. Ja, wie das so ist. Aber ich bin jetzt inzwischen Level 21. Da konnte ich mir schon ein paar nachkaufen. Aber die dicken Dinger, die 9 Meter, die gibt es erst ab Level 22. Naja, die kriegen wir auch noch hin. So, was ist hier los? Irgendwie ist jetzt der Wurm drin. Da will ich nichts mehr beweisen. Lief so gut noch am Anfang. Und jetzt, war klar. 5, 4, 3, so. Wir dürfen nochmal aus. Hier, dann eine, ein Willi noch. Einer geht noch. Genau. So die Ecke anvisieren. Schützengraben anvisieren. Und bumm. Und wir haben jetzt nicht unser Ziel erwischt. Reinkurbeln. Ruhe. Ich bin bitte um Ruhe. Ah, geht doch, geht doch. Ich muss nur kurz unsere Klappe halten und schon haben wir einen dran. Ah, mal gucken, welche Größe. Wie schnell wieder reinkommen, dass es ein Willi geht, ne? Oh, doch. Ne, ein großer. 1,6 wieder. So, aber ich wollte euch nochmal meinen Kescher zeigen. Bumm. Ach, Quatsch. Den Kescher. Emmerowelt das so ein bisschen. So, und hier unten haben wir den... Boah, gibt ein bisschen Geld, ne? Aber wirklich viel ist das nicht. 26. 26. Boah. Kann man von Leben. Aber wir müssen ja auch... Eigentlich auf... Sag schnell 200 kommen, damit es der Tag sich lohnt. Kriegen wir noch hin. Ich versuche gleich nochmal ein paar Quappen zu angeln. Davon mache ich auch nochmal ein Video. Also wir sehen uns gleich wieder. Bleibt am besten wieder dran. So, ich verabschiedige mich schon mal von den... Äh, von euch. Lasst gerne einen Kommentar da, wie euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Jens. Tschau.